hey freunde dennis hier a.k.a fraggenstock ja schön dass ihr wieder dabei seid und für alle neuen bleibt hier auf dem kanal schaut meine ganzen videos an der wisst ihr warum ihr hier bleiben soll ja heute stelle ich euch ja meine kleine vogelspinne vor nein natürlich nicht sondern lohnt sich leben mal noch von john paul gotti dieser duft hier lohnt sich dieser durch noch ich sage ganz klar ja warum er ist einfach ein klassiker er passt immer er passt jetzt vor allen wenn jetzt der herbst kommt und der winter einfach genial und ja leute lasst euch nicht abschrecken wo ich rauf ich rieche ja gar nichts ja das ist fast standard geworden bei der neuen version die auch nur noch ihr seht ich könnte jetzt nicht sehen flüssig ist durchsichtig gegensatz zu nehmen wir die hier der ersten version von 1995 ist die hier da steht auch zum beispiel dann nicht gut hier drauf so wie hier ja auf jeden fall der unterschied ist schon da sehr groß auch von der halbbarkeit aber noch mal die halbbarkeit hier dieser neue das von der ist von 2018 oder 19 der hält bei mir zehn stunden auf der haut und dann kommen noch die klamotten natürlich hält der hier länger ist auch tiefer präsenter einfach ja mehr einfach der matrose von früher die alte und allererste version aber trotzdem muss sich die version definitiv nicht verstecken so ich mache dieses video nur weil es ja inzwischen ultra mehr gibt der auf jeden fall sehr gut eingeschlagen auch von kurz an gemacht genauso wie der hier die kenkurs an der zum beispiel baggara rouge gemacht hat hat auch diese beiden kreiert und die neuen parfüm hat da nicht kreiert aber auch der ist sehr gut und kommt gut an und deswegen dachte ich mache mal das video lohnt sich der original noch ja er lohnt sich erhält seine zehn stunden jedenfalls an mir natürlich gibt es auch andere leute dass die haut schlechter ich habe es ja schon so oft erwähnt aber so wie leute schreiben der hält bei mir eine stunde ist quatsch ihr richtig nur nicht okay wer das natürlich nicht macht es ist natürlich ein bisschen scheiße klar man riecht man möchte das ja selber riechen aber leute wenn ihr in die tankstelle ich kann das beispiel nur sagen das war vor acht monaten da bin ich in die tankstelle gegangen da hat einer diesen duft getragen ein jüngerer und hatte definitiv nicht die von 1995 die ganze tankstelle hat gerochen also vorsichtbar der dosierung und so weiter und so fort weil dieser duft einfach funktioniert immer noch die vanille dieses ja ich sage ja immer dieses stumpfe kaugummi artige da drin das passt einfach hier in den neuen ist ja sehr auf kardamon vanille und zimt glaube ich aufgebaut und der ultra natürliche berne und vanille und auf jeden fall sehr süß so eigentlich brauche ich das hier nicht mehr weiter zu führen und das kurz halten dieses video dieser duft lohnt sich immer noch kauft ihn jetzt vor allen dingen zum winter hin ich werde diese dürfte so gut wie es geht ich denke für alle finden natürlich nicht den 1995 werde ich unten in meiner beschreibung verlinken schaut doch mal rein da sind auch noch andere die immer da drin sind und barbershop super extras sehr coole barbershop produkte und so weiter aber ultra me sei schon hier lehmann funktioniert auf jeden fall wunderbar und vor allen dingen jetzt freut es mich auch wieder dass der herz kommt und der winder und da kann man diesen duft wieder richtig geil tragen und vor allen dingen in meinem fall auch mal die alte ich benutze die natürlich nicht so oft ich hatte noch eine 95 die habe ich verkauft weil wann macht man das leer das ist auch mal die frage die 75 erreicht und dann wie gesagt habe ich noch den großen vollen hier und natürlich die ganzen flänker ich habe ja noch auch lehmann terrible den hätte ich jetzt hier auch kurz vorstellen können das ist die frische variante von lehmann auch sehr sehr gut der ist zum beispiel zum beispiel gut wahrnehmbar gegensatz zum original aber wie gesagt andere nehmen euch war wenn ihr kein problem hat euch nicht immer selber zu riechen dann ist er top so leute das war's dann bleibt gesund und munter kommt gut in den herz und wir sehen uns beim nächsten video wieder macht's gut wir sehen uns beim nächsten mal